Der Auftakt der neuen Saison in der Bundesliga wirft seine Schatten voraus. Eröffnet wird die neue Saison von Bayern München und 1899 Hoffenheim. Ein Duell, auf das sich Ex-FCB-Sportchef Matthias Sammer aus einem ganz bestimmten Grund bereits freut. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratis-Monat. Bayerns Präsident Uli Hoeneß sorgte derweil in den vergangenen Tagen wieder für Schlagzeilen. Der Boss des FCB soll Bundestrainer Joachim Löw während der WM-Endrunde in Russland davor gewarnt haben, Mesut Özil einzusetzen. Hoeneß kritisierte außerdem das Financial Fairplay der UEFA, das viel zu leicht zu umgehen sei. Bayerns Starstürmer Robert Lewandowski hat sich mit seinem Berater Pini Zahavi, der in diesem Sommer auf einen Wechsel seines Schützlings gedrängt hatte, auf eine weitere Zusammenarbeit verständigt und nun in einem Interview erklärt, warum er den Rekordmeister tatsächlich verlassen wollte. Alles, was aktuell beim FC Bayern München wichtig ist, erfahrt ihr an dieser Stelle. Diese Klausel könnte Stuttgarts Pavard teurer machen. Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart besitzt laut der Süddeutschen Zeitung eine bisher unbekannte Klausel in seinem Vertrag, die einen Wechsel im kommenden Sommer deutlich teurer machen könnte. Levi verrät, darum wollte ich die Bayern verlassen, Robert Lewandowski wollte in diesem Sommer dem FC Bayern München den Rücken kehren. Der FCB-Stürmer sprach nun in einem Interview über die Gründe für seine Wechselgedanken und kritisierte die Vereinsführung des Rekordmeisters. Bastian Schweinsteiger kehrt mit Chicago Fire nach München zurück, wie der FC Bayern mitteilte, wird Bastian Schweinsteiger am 26. August nach München zurückkehren, um sich mit Chicago Fire auf sein Abschiedsspiel in der Allianz Arena vorzubereiten. Schweinsteiger's Abschiedsspiel steigt an im 28. August, etwa Schweinsteiger's Urkender Sabiner, HTTPS colon slash slash t.co slash b3d7k fesmet. August 2018 BVB-Berater Matthias Sammer lobt Niko Kovac Borussia Dortmunds Berater Matthias Sammer freut sich auf den Bundesliga-Auftakt zwischen Bayern München und 1899 Hoffenheim. Nicht zuletzt, weil er von den beiden Trainern begeistert ist. Ex-FCB-Sportvorstand Sammer sagte der Bild, Niko Kovac verknüpft Basiselemente mit taktischen Aspekten. Das finde ich richtig klasse. Was Julian Nagelsmann leistet, ist unglaublich. Jetzt wie er den Mut zu haben, von der Meisterschaft zu sprechen, das ist richtig und wichtig. Ich werde jeden attackieren, der diesen Mut kritisiert. Denn genau das braucht der deutsche Fußball. Transfer von Sebastian Rudi RB Leipzig mit Bayerns Konditionen nicht einverstanden. Ob Leipzig nimmt offenbar Abstand von einer Verpflichtung von Bayerns Mittelfeldspieler Sebastian Rudi. Dies meldet der Kicker. Demnach will der deutsche Rekordmeister den Nationalspieler verkaufen. Eine Laie würde man nur akzeptieren, wenn am Ende eine Kaufpflicht bestünde. Bayern München Robert Lewandowski verlängert mit Pini Zahavista Stürmer Robert Lewandowski vom FC Bayern München hat den Vertrag mit seinem Berater Pini Zahavi bis 2020 verlängert. Das berichtet Sky Sports. Damit bringt der Pole indirekt neuen Schwung in die zuletzt zur Ruhe gekommenen Transfergerüchte um seine Person. Zahavi, der Lewandowski seit Frühling dieses Jahres vertritt, hatte in den vergangenen Monaten immer wieder versucht, öffentlich Druck auf den FC Bayern zu machen und einen Transfer seines Schützlings voranzutreiben. Anruf beim DFB? Uli Hoeneß soll vor WM-Einsatz von Mesut Özil gewarnt haben Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat sich erneut zur Causa Mesut Özil geäußert und abermals starke Kritik am 29-Jährigen geübt. Außerdem soll er den DFB vor einem Einsatz des ehemaligen Nationalspielers gewarnt haben. Der 66-Jährige rief nach Bildinformationen während der WM im Quartier der Nationalmannschaft an und warnte vor einem Einsatz erzielts im entscheidenden Gruppenspiel gegen Südkorea 0 zu 2. Ohne Erfolg, der Mittelfeldstar stand beim Ausscheiden der DFBF in der Startformation. Bayern München Uli Hoeneß kritisiert das Financial Fairplay Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß hat sich sehr kritisch über das Financial Fairplay der Europäischen Fußballunion UEFA geäußert. Dieses ganze Financial Fairplay können Sie in die Tonne klopfen, das ist sowieso nichts wert. Es wird jedes Jahr et absurdum geführt, sagte Hoeneß in Vontora, der Fußball-Talk bei Sky Sport News HD. Wenn etwa der französische Meister Paris Saint-Germain einen Spieler wolle, werden Sie Möglichkeiten finden. Man kann einen Spieler für ein Jahr ausleihen und einen Kaufvertrag für das nächste Jahr machen, dann fließt das Geld erst nächstes Jahr und schon ist das Financial Fairplay umgangen, sagte Hoeneß. Alaba steigt nach Verletzung wieder ins Bayern-Training ein David Alaba von Rekordmeister Bayern München ist am Sonntag wieder ins Training eingestiegen. Allerdings absolvierte der österreichische Nationalspieler zunächst nur Reha-Maßnahmen auf einem Nebenplatz auf dem Gelände an der Säbener Straße. Hoeneß über Bayern-Star Lewandowski hatten seinen Berater nicht im Griff im Sky-Talk mit Jörg Vontora hat Uli Hoeneß verraten, dass der FC Bayern nie Probleme mit Robert Lewandowski gehabt hat, sondern mit dessen Berater Pini Zahavi. Der Pole war in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder mit einem Abgang in Verbindung gebracht worden, hatte bisweilen selbst mit einem Wechsel kokettiert, speziell Real Madrid wurde starkes Interesse nachgesagt. Den Lewandowski-ANM Dreck hatten wir immer im Griff, sagte Hoeneß. Wir hatten nur seinen Berater nicht im Griff. Ich habe ihm gesagt, dass ich erst am 2. September um 14.30 Uhr Zeit habe, ergänzte er. Damit spielt der Bayern-Boss darauf an, dass das Transferfenster am 31. August schließt und ein Transfer des Torjägers nicht in Frage kommt. Boateng und Rudi Hoeneß kündigt Entscheidungen an Präsident Uli Hoeneß vom FC Bayern München. Er wartet noch vor dem Bundesliga-Start bei den wechselwilligen Jerome Boateng und Sebastian Rudi Klarheit. Er denke, dass in der nächsten Woche Entscheidungen getroffen werden, sagte Hoeneß im Talk mit Jörg Wontoura bei Sky News HD. Hoeneß machte aber auch klar, dass der deutsche Rekordmeister beide Profis nicht um jeden Preis abgeben wird. Der FC Bayern zahlt immer wie ein Weltmeister und die anderen wollen unsere Spieler umsonst haben, sagte er. Bayern entgeht Pokal-Blamage knapp. Kreativitätsbefreite Kapelle im hohen Norden gerade war die 55. Spielminute im Kledinger Stadion zu Drochtersen angebrochen, da wurden die rund 7.000 Zuschauer plötzlich wachgerüttelt. Nicht, weil auf dem Spielfeld hochklassiger Fußball geboten wurde, sondern, weil abgerolltes Klopapier und rot-weiße Wasserbälle den Weg auf den Rasen fanden. Die mitgereisten Fans des FC Bayern zeichneten sich für die Aktion verantwortlich, sorgten damit letztlich für eine siebenminütige Unterbrechung. Dabei wollten die Münchner Anhänger nicht die bis dahin uninspirierte Darbietung ihres Teams honorieren, was durchaus auf der Hand gelegen hätte. Vielmehr richtete sich das Ganze offensichtlich gegen die Deutsche Fußballliga und den Deutschen Fußballbund. DFB, DFL, ihr werdet von uns hören, war auf einem kurz zuvor am Fangzaun angebrachten Banner zu lesen. Erst als Sandro Wagner, der sich gerade hinter dem Tor auf einen möglichen Einsatz vorbereitete, zu den Redelsführern Schritt und diese beschwichtigte, unterließ der rote Tross seine Störungsversuche. Hier geht's zum kompletten N-A-C-H-B-E-R-I-C-H-T. Reschke sieht nur eine Chance auf Spannung in der Bundesliga. Michael Reschke hat Bundestrainer Joachim Löw verteidigt und sich zur in Deutschland erdrückenden Dominanz des FC Bayern geäußert. Nur Bayern München entscheidet über die Spannung in der Liga, sagte der Sportdirektor des VfB Stuttgart der Welt. Wenn die irgendwann mal wieder Lust haben, eine Meisterschaft richtig zu feiern, weil es am Ende spannend sein sollte, geht das nur, wenn ein Playoff-Modus eingeführt wird. Bis es soweit ist, werden die Bayern weiter dominant sein und die besten Spieler der Konkurrenz kaufen, erklärte Reschke weiter, da bin ich kein Träumer, sondern Realist. So viele Top-Entscheidungen kann doch gar kein Klub treffen, um den wirtschaftlich deutlich überlegenen und strategisch gut aufgestellten Bayern auf Augenhöhe zu begegnen. Niko Kovac plant bei Bayern München mit Jérôme Boateng. Bayern-Trainer Niko Kovac hat betont, wie wichtig Jérôme Boateng für ihn sei. Mit ihm, Mats Hummels und Niklas Süle habe ich drei Weltklasse-Verteidiger, und die brauche ich auch, erklärte er. Im Falle eines Wechsels gehe er davon aus, dass wir über Ersatz nachdenken. FC Bayern, Tolisso über WM-Titel, Niko Kovac und Saison-Zilé mit Frankreich holte Couranteng Tolisso in Russland den Weltmeistertitel, selbstbewusst formulierte der Mittelfeldspieler nach seiner Rückkehr ins Training des FC Bayern nun auch seine Ziele mit dem deutschen Rekordmeister. Hier geht's zum Video. FC Bayern, diese Transfers für die Saison 2018-19 stehen schon für Spielerpositionen von Ablösesumme Leon Goretzka Mittelfeld FC Schalke 04 Ablösefrei Alphonso Davies Außenbahn Vancouver Whitecaps 10 Millionen Euro Wechsel im Januar 2019 Serge Gnabry offensives Mittelfeld TSG Hoffenheim Rückkehr nach Laie Renato Sanchez Mittelfeld Sanchez City Rückkehr nach Laie Couranteng Tolisso verrät Benjamin Pavard machte Späße über die Bayern-Gerüchte Mittelfeldspieler Couranteng Tolisso vom FC Bayern München hat offenbart, dass er sich mit Benjamin Pavard über die anhaltenden Wechselgerüchte um den Abwehrspieler des VfB Stuttgart amüsiert hat Pavard wird seit geraumer Zeit mit einem Wechsel zu den Bayern in Verbindung gebracht Über die Gerüchte haben wir uns beide lustig gemacht, sagte Couranteng Tolisso am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in München Ich habe keine Ahnung, ob er kommt oder nicht Wir haben darüber Späße gemacht, ob wir nächstes Jahr zusammenspielen und ob wir überhaupt zusammenspielen, ergens da er Bayern München, die Gewinner und Verlierer der Vorbereitung vor rund sechs Wochen nahm Trainer Niko Kovac seine Arbeit beim FC Bayern auf Schuftete zunächst mit einem stark dezimierten Kader, der mit etlichen Spielern aus dem Nachwuchsbereich aufgestockt wurde Erst seit Ende Juli schlugen die zahlreichen WM-Teilnehmer nach und nach an der Säbener Straße auf, um die kurze Zeit bis zum Saisonstart noch bestmöglich zu nutzen Goal wirft einen Blick auf die intensive Vorbereitung des deutschen Rekordmeisters Wer konnte sich beim neuen Coach in den Fokus spielen, welcher Spieler ließ die Chance auf sich aufmerksam zu machen, ungenutzt? Kovac erteilt Sebastian Rudi die Freigabe Nationalspieler Sebastian Rudi darf den deutschen Rekordmeister Bayern München in der laufenden Transferperiode verlassen Dies erklärte Trainer Niko Kovac am Mittwochabend im Anschluss an das 4 zu 1 im Testspiel gegen den Zweitligisten Hamburger SV Sebastian hat ein Jahr bei uns gespielt Wir werden schauen, was in der kommenden Spielzeit passiert Er möchte natürlich viel spielen und wir haben viele Mittelfeldspieler, sagte Kovac bei Sport1 Der Kroate ergänzte zudem, er werde dem 28 Jahre alten Mittelfeldspieler keine Steine in den Weg legen Mehr zum FC Bayern München Der Kroate ergänzte zudem, er werde dem 28 Jahre alten Mittelfeldspieler nicht gespielt Der Kroate ergänzte zudem, er werde dem 30 Jahre lang genießen Der Kroate ergänzte über den Kroate ergänzte, indem er will, von 50 Jahren Wer hat die Zeit, wo er wird er wird er? Er ist die Zeit, wo er wird er wird er? Wer hat die Zeit, wer hat das Gefühl in den Weg gehen? Der Kroate ergänzte über einen Weg, hin und wer hat die Zeit, wer hat die Zeit, was mit ihm